Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Frag Challenge! Mit dem Flash wieder dabei! Ja, und der Flash ist gleich am sterben, verdammt! Ich logge mich ein. Ich laber immer noch lange und dann logge mich das ein. Ja, ja, das merke ich... Dachtest du vorher, hä, warum... Warum mach ich das nicht auch? Ah, ich muss ja mal eine Orientierung schaffen hier mit den ganzen Fackeln. Mhm. Darum ist noch eine Witch, mal gucken... Ach ne, ich brauch vorher was zu essen. Boah, ne, ich laber erst mal, dann kann ich mich... jetzt mal auf Slavonorkos konzentrieren und dann. Ah, ja, klar. Passt das. Komm, dropp mal irgendwas besonderes. Ah, Schwarzpulver. Aber ich glaub, ich mach mich ja jetzt mal auf den Rückweg. Was hat die noch gedroppt? Verdammt. Ich glaube nur Schwarzpulver. Weil... Du musst erstmal die Sachen in Sicherheit bringen, dich ja. Naja, richtig. Sonst zählt das ja nicht. Ja, doch, das zählt, weil ich das ja hab. Ja, toll. Man muss das behalten. Ja, klar, man muss das behalten. Deswegen heißt das eigentlich, kann man sich noch eine extra Truhe machen. Ja. Und noch mehr Zuckerrohr. Ne, der war mit. Ich find grad auch Zuckerrohr. Das werd ich mir jetzt auch gleich wegsnacken wegen der Map. Das ist ne Höhle. Nee, da geh ich jetzt nicht rein in die Höhle. Vergiss das. Feigling. Feigling? Höre ich da wohl Feigling? Boah, guck mal, die ganzen Zuschauer schreien alle Feigling. Das ist mir doch scheißegal. Das ist mir doch scheißegal. Na. Also ist mir egal, wenn die Feigling sagen. Feigling? Ich geh doch nicht jetzt mit den Sachen in die Höhle rein. Hallo? Doch. Riechst du aus? Ja. 29 Rottenflash. Willst du verarschen? Ey, warte. Ey, warte mal. Was war nochmal beim Brunnen besonders? Ich glaub gar nicht. Weil ich meine in einer Version, wenn du immer unter dem Brunnen her gebuddelt hast, hast du ne Minenschacht gefunden. Ja. Ich weiß das gar nicht. Ich meine ja. Ich bin mir aber nicht mehr 100% sicher. Ich nehm erstmal Rottenflash um zu überleben. Ja, will ich auch. Ich versuch grad auch hier noch ein bisschen zu überleben. Ich muss aber gleich wieder zurück. Ich hab kein Nahrungsmittel wirklich. Du musst echt Kühe mal holen und züchten. Boah, das gibt's nicht. Diese Skelette, ne? Die treffen immer wieder. Ja. Außer du bist schnell genug und dann rennst du einfach hin und her zu denen hin und dann weißt du auch aus. Aber sonst, ey, geh ich immer auf. Oh, meine Uhr hat sich schon wieder gewechselt. So, 32 Fackeln noch und dann geh ich auch wieder zurück. Tintensäcke braucht mir für nix, ne? Ne. Ach ja. Ich bin Level 4. Hallo Hühnchen. Komm, kann mal einer von euch hier so ein Ei droppen? Ne. Leider nicht. Ach ja. Nein! Ich hab ein zweites Golf gefunden. Wie geil ist das denn? Bist du ein Penner? Ja. Jawohl, hoffentlich ist... Ja, da ist ein Feld. Da hab ich wenigstens Nahrung. Nice! Ist ein Penner! Und vielleicht... Und... Ey komm, bitte Karotten oder Kartoffeln. Kartoffeln wären geil. Und zwei Skelette. Aha. Die können mich mal jetzt erstmal... Boah, Queepower. Komm, ich such mal. Ich guck mal, ob ich noch irgendwie ein Dorf finde. Boah, Queepower. Ich hab ja ein Bett dabei, dass ich schlafen kann. Und unterwegs find ich dann wahrscheinlich noch was zu fressen. So ist er dran nicht. Komm her Skelett. Wo ist das zweite? Wo ist dein zweiter Kollege hier? Überlebt er ja noch. Noch mehr Kürbisse? Ich glaub's ja nicht. Noch mehr Kürbisse. Ja, Karotten! Ja, dann sind ja noch mehr Kürbisse. Karotten und Weizen. Alles wegsnacken, alles wegsnacken hier. Ist mir egal. Ach ja. Hoffentlich ein Dorf mit was Besonderem. Hoffentlich ist da noch ein Schmied irgendwo. Ist hier grad kein. Oh. Und dann am besten Diamanten drin, ne? Dann hätte ich den Challenge mit Diamanten auch schon gefunden. Eine Schlucht. Was, muss ich in der Schlucht finden? Nein, das ist eine Schlucht, mein ich. So. Ach ja. Warte mal, die Village am besten einsperren. Oder? Mach doch. Ist doch deine Sache. Gucken wir mal hier. Oh. Jawoll. Ich tausche mit nem... Jawoll, ich kriege nen Emowild. Einen Smaragd hab ich getauscht. Nice. Geile Sache. Du meinst dürfen. Ich hab jetzt nen Smaragd. Ne. Ich hab jetzt eingetauscht. Ne. Ja, schon gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Ne. Ja, ob ich jetzt wieder zurücktauschen muss oder so? Weil ich hab ja einen erhalten. Ich glaub, du bringst mich um. Warum? Nach ne Wüstenfestung. Fett. Ein Skelett. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Bringst mich nicht um? Ne. Dafür hab ich ja zwei Dörfer. Oh, toll. So. Boah, wie viele Möhren hab ich? 19 Stück. Ich glaub, da war noch ein Feld. So, die Fall ist nicht schärft. Kein Diamant. Hast du die Druckplatte abgebaut oder hat? Klar. So, jetzt mal Energie aufladen. Wo ist denn das Scheiß-Skelett? Ach, hier um der Ecke. Gold. Noch mehr Rock'n Fleisch zum Futtern unterwegs. Noch mehr Gold. Oh. Komm her, Zombies. Lass mal schön die Village in Ruhe. Hä? Diamanten-Bild ist doch geil. Ich hab Kartoffeln gefunden. Jawohl, ich hab Kartoffeln gekriegt. Was? Was? Diamanten-Fäderüstung. Nein, du... Du bist doch gemein, ey. Oh, Mann. Ich lach hier wie ein Irr-Orkan. Echt. Ja, bist du auch ein Irrer. Ich weiß. Hallo, könnt ihr mal die Village in Ruhe lassen? Die tue ich erstmal... Nein, nicht. Ah. Geht doch wieder raus. Ach ja. Aber warum sind da zwei Skelette drinne? Ja. Jetzt hab... Oh nein. Also... Minus... 177 oder so. Plus 287. Boah, ich bin mit Pfeilen durchlöchert, ey. Oh, ich hab Bücher gef... Abbau'n. Am besten ein Sack Kartoffeln, dann kann ich die Schweine schon mal züchten. Aber zwei Festungen in einer Wüste. Na, ist schon heftig, ja. Einer. Naja. Das hab ich auch noch nie gehabt. Oh nein, nur Möhren, nur Möhren, nur Möhren, ich will keine Möhren. Ist nur Möhren, ja. Da haben wir noch keine Kartoschkis mehr hier. Aber das Problem ist, hier ist kein Schmied drinne. Ne. Oh. Ne. Das hat mich geärgert, ey. Das ist mir aber gar nicht leid. Das war mir fast klar. Hast du nur in der Wüste jetzt die Militierdörfer befunden? Nein, das hab ich jetzt außerhalb gefunden. So. Da bin ich schon ein paar... paar Blöcke weit gelaufen. Nein, ey. Keine Kartoschkis. Obwohl, ich hab doch Kartoschkis. Kartoschki? Kartoschki. Hm. Ah, fette Sache. Zwei Dörfer gefunden. Jetzt kann ich nämlich gleich auch schon mal Schweine züchten. Arsch. Ich muss jetzt nur noch meine Fackeln folgen. Hm. Ah, nö. Ich merk mir das auch meistens so. Äh. Ich mein Orientierungssinn, ey. Jetzt bräuchte ich nur noch Diamanten und Obsidian. Könnte ich schon mal wenigstens paar Dinger fertig craften. Hm. Schon mal zumindest ein bisschen verzauern und so was. 16 Level. Das wär was, wenn hier mit einmal Lava gewesen wäre. Wum, der Schank hat ja grad geladen. Ich hab mich kaputt gelacht. Weil ich voll reingesprungen wäre. Ich hab mich kaputt gelacht. So durch die Wüste muss ich gleich. Diamantenpferderüstung. Überleg das mal. Ja klar. Weiß gar nicht, ob man die findet oder ob man die auch craften kann. Bin der Meinung, dass siehst, dass es rausgepatcht wurde, dass man die craften kann. Wie gut, ist auch ein bisschen besser, ne? Ja. Dass man dann wirklich auf Survival gehen muss. Mhm. Komm schon, ey. Komm, ich will jetzt auch ein bisschen in so einem Wüstentempel fahren. Lalalala, ich hab ja so ein Glück. Ein Villagerdorf. Nein. Doch. Doch, doch, doch. Ey, komm, du cheatest doch. Du guckst dir die Map doch vorher an, die hast du doch vorher schon angeguckt. Ja, ist klar. Aber der legt noch volle Kanu bei mir die ganze Zeit, ne? Das ist nicht wahr, ey. So, Leute, Villagerdorf hab ich's auch gefunden. Das ist nicht. Grafikeinstellung erstmal hier. Ähm, wo war das, wo war das, wo war das? Welcher Punkt? Ich bin ein Villagerdorf. Das war jetzt Folge... Ja, irgendwie 12 oder Punkt 12 ist das, glaub ich. 2, 4... 10 müsste es sein. Also Folge 10 ist das bei mir. So. Ist doch gemein, ey. Hi, Villagerdorf. Ey. Okay. Er tauscht drei Smaragki gegen ein Feuerzeug. Egal. Tausch ist Tausch. Ach, okay. Gegen Flynn. Oh ja, ich krieg doch jetzt den gleichen Punkt. Wenn ich mich beeile, kann ich doch noch Melonen haben. Oh man, ey. Ihr Pisser, warum rennt ihr denn immer weg? Versucht doch irgendeinen mit Melonen zu suchen. Ich durchsuch die doch grad, aber die rennen die ganze Zeit hin und her. Ja. Oh, ihr misst Viecher. Die sind ganz schön schnell, ne? Gib mir mal irgendwie einen Apfel. Ich will nur einen Apfel irgendwie haben. Ey, die sind ganz schön flink. Ja, die sind voll nervig. Ähm, ja, ich glaub du bringst mich wirklich um. Warum? Schon wieder eine Wüstenfestung. Ey, hallo? Kartoffeln, Kartoffeln, yay. Kartoffeln. Kartoffeln. Kartauschkis. Ähm, was kann weg? Gottkarten brauche ich gar nicht. Leck mich. Nö. Leck mich am Züggalli. Ah, Karotten. Cool. Bambus, Bambus, Bambus. Ganz viel Bambus. Da kann ich wie eine Karte machen. 1, 2. Toll, ich hab doch nicht geschafft hochzuspringen. Toll. Karotten. Und ne Schlucht. Da wo du länger gebraucht hast für Karotten zu finden. Nö, warum? Naja, jetzt im zweiten Dorf natürlich, ne? Ja, aber dafür hab ich zwei Dörfer schon gefunden gehabt. Ja. Okay, hier ist kein, keine Stollen drinne. Hi. 1, 2 gegen, ähm, 7 Äpfel. Boah, ja toll, nimm doch. Hab ich doch. Kann ich hier wegschmeißen? Weiß ich nicht. Ich hab so viel, dass... Es gibt keine Big Packs. Ja. Leider. Leider. Komm, jetzt sag irgendwie hoch hier wieder. Oh, Mann ey. Ah, es könnte ich schaffen, ein zweites Dorf zu latschen und dann... Ha, ha, ha. Ey. Also Weizen gegen ein Emerald. Ja. Natürlich machen. 20 Weizen, ne? Naja, auf Rum. Ich hab vorher 18 Jahre geflascht. Obwohl, ich hab Knochen. Ja, dann kannst du ein bisschen rumcheaten. Hallo Schweine. Hallo Kühe, auch Kühe. Kühe kann ich schon schlachten für Leder. Dankeschön. Oh, ja. Ja. Kühe hab ich schon bei mir im Gehege drinne. Als nächstes sind Schweine und dann versuch ich Schafe und Hühnchen. Ja, ich hab auch gar nichts davon. Doch, das eine hab ich schon mal. Oh, ja. So. Dann ertausch ich den gleich. Dann hab ich das nämlich auch erledigt. Kühe, Kühe, Kühe. Kühe machen Mühe. Boah, wie viele Kühe! Fette Sache. Die dumme Kuh macht Mühe. Eine Kuh, zwei, drei. Eine Kühe, die macht Mühe. Zwölf Kühe. Machen Mühe. Das wäre auf jeden Fall schon ein bisschen was zu essen. Das wäre natürlich Lootpicking geil. Also eine Plünderung. Oh, Mann ey. Was für ein Glück jetzt. Oh, ja. Ich bring dir nur Glück. Nö. Doch. So, jetzt muss ich erstmal die Militär finden. Das ist gemein. Weil die immer hin und her rennen. Oh, mein Gott. Einer dafür brauchst du Wolle. Egal. Also bevor kein Treading-Post. Weiß noch? Gab's ja dieses Treading-Post, wo du direkt drauf klicken konntest und mit dem verhandeln konntest. Ja, aber das war eigentlich viel schöner. Dann konntest du die alle finden. Na ja, klar. Halt's Maul ey. Ich hab vorher erstmal einen Villager geschlagen. Weil ein Skelett da in der Nähe war. Wollte einfach nicht weg. Und guck mal, wieder Zeit, ne. So langsam. Also, was ist denn Villager denn? Ja, muss ich den Smart denn behalten oder was? Ich muss eigentlich nur tauschen. Gegen Melon. Jetzt nehme ich Äpfel oder Melon? Ach, da ist er ja. Der hat sie verpieselt hier. Yay. Okay. Also, das hab ich auch schon mal erledigt. Eigentlich musst du ihn auch sogar behalten, bin ich der Meinung. Egal. Ich will erstmal tauschen hier. Acht gegen Stakes. Man, wo ist der denn? Boah, wo ist der denn hin hier? Du Schleck mal. Was willst du denn haben hier? Achso, was gibt's denn für die Rücken hier? Okay. Schutz und Haltbarkeit, okay. Boah, die sind wirklich flink, die Mistviecher. Zeit ist gleich gelogen. Ja. Komm, ich will wenigstens nochmal einen Punkt haben. Okay. Das hab ich auch schon mal erledigt. Das war auch Folge 10. MMMMMMM. Da. Alter, wo ist der denn mit Melon? Sag nicht, dass der tot ist. So. Dann krieg ich aber einen Rappel. Ich mach die Wüste dann gleich nochmal unsicher. Eins? Also, die Festung, den Tempel. Aber dann geh ich auch erstmal zurück. Sag nicht, dass die den getötet haben hier drinnen. Bist du ne Äpfel? Du willst ne Schere haben? Beziehungsweise tausch gegen ne Schere? Der ist nicht mehr da. Ich... Nein. Zeit ist gleich um. Ja, ich weiß. Och, ist das ärgerlich. Oder bist du ja auch noch trinken? Ne. Toll. So. Naja, dann würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge, ne? Dann bennen wir hier die Aufnahme und, wie ich schon gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Tschau, tschau.